Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Infovideo, das ja irgendwie gar nicht so oft kommt in letzter Zeit. Ganz kurz und knapp gesagt, ich werde Tomb Raider Underworld abbrechen, weil es mir tierisch auf den Sack geht, dass ich jeden Part andauernd zwei bis viermal rendern kann. Aber immer nur dann, zeige ich euch jetzt mal, bleibt das Bild einfach hängen und der Ton läuft weiter. Und das ist andauernd. Deswegen, da habe ich, oh hei Jan, darauf habe ich keinen Bock. Tut mir leid für die, die es gerne geguckt haben und ja, nee, muss nicht sein. Weil dann rendere ich da dreimal im Part, da geht schon eine Dreiviertelstunde drauf, bis Stunde, je nachdem wie mein Rechner Bock hat. Und dann noch das Hochladen und wenn dann Bugtyk nochmal rumzieht und sagt, nee, machen wir jetzt nicht, können wir es nochmal hochladen. Und muss nicht sein, äh, bin auch gerade echt stinkig darauf. Ja, tut mir wie gesagt leid. Es wird auch bald wieder Magical Vietnam geben. Es wird endlich mal fertig gemacht. Und Serious Sam, the first encounter and the second. Wird dann halt angefangen, wenn der erste fertig ist. Äh, jo, das war es eigentlich an sich. Habe ich noch was? Nö, gut. Adventure Craft wird es auch bald geben. Ich habe da, keine Ahnung, was ist denn das? Irgendein Save? Habe ich irgendwas getestet? Ist egal. Ähm, nur dass ihr es wisst. Ich werde alle anderen Parts jetzt löschen und damit war es das. Äh, falls kein Video kommt, ich denke schon, dass ich noch was hochlade, aber an sich dann noch einen schönen Abend. Töluuu! Bis zum nächsten Mal.